Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ja, vor knapp zweieinhalb Wochen habe ich hier in diesen blauen Behälter Brennnessel ja auch angesetzt. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, der findet das hier oben rechts in der Infokarte. Ja, und ich habe gerade von der Lufer NRW noch so ein Probeentnahme Hilfe ausgedruckt. Der erste Punkt steht, Inhalt im Lagerbehälter gut durchmischen. Das werde ich auch gleich machen. Der zweite Punkt ist der, dass ich an circa 10 verschiedenen Stellen des Behälters Teilproben entnehmen soll, um ein homogenes Gemisch ja sozusagen zu erzeugen. Ist natürlich jetzt hier bei dem kleinen Behälter nicht so leicht, deswegen werde ich nur eine Teilprobe entnehmen. Das sollte reichen. Ja, der dritte Punkt ist, je nach erforderlicher Probemenge eine oder mehrere Weithals-Kunststoffflaschen füllen. Und das ist jetzt hier so eine, die fast ein Liter. Ich werde die zu maximal drei Viertel füllen. Also den reicht auch nur 750 Milliliter aus. Hier vorne sollte ich nochmal alles als vierten Punkt natürlich auch vernünftig beschriften, also Ort. Und ja, der Name des Auftraggebers, das bin natürlich ich. So, dann sollte ich als fünften Punkt das Auftragsformular ausfüllen und beilegen. Das habe ich mir natürlich auch ausgedruckt. Alle Links dazu verlinke ich euch natürlich unter der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Und ja, der Probebehälter sollte bis zur Abgabe bzw. Versand immer gekühlt sein. Ich habe deswegen auch eine Kühlbox mitgebracht. Da kommt gleich die Probe rein, weil ja, die ganzen Dünge bzw. Wirtschaftsdünger sollten idealerweise bei ca. 4 Grad gekühlt sein. Man hat herausgefunden, dass in diesem Temperaturbereich die Stickstoffmenge bzw. der Stickstoffgehalt sich über einen längeren Zeitraum deswegen nicht verändert. Und würde ich den jetzt zum Beispiel im warmen Auto gleich abtransportieren, würde natürlich jetzt wahrscheinlich noch mehr umgesetzt werden. Und der Stickstoffgehalt würde jetzt hier deutlich variieren. So, das war es jetzt auch erstmal mit der Hilfestellung. Ich würde sagen, jetzt geht es los zur Abfüllung. Ja, der Deckel kommt jetzt erstmal hier ab und dann wird das Ganze mit einem Stock umgerührt. Das duftet auch schon ordentlich. Mein lieber Scholli. So, die ganze Jauche ist jetzt umgerührt. Ich schnappe mir jetzt hier diesen Behälter, öffne den einmal. Nehmt mir noch den Messbecher zur Hand und benutzt bitte einen Messbecher, den ihr auch für so einen Quatsch benutzen dürft. Euer Lebenspartner bzw. eure Lebenspartnerin oder eure Eltern werden es euch danken. So, jetzt fülle ich ungefähr 750 Milliliter ab. So ein bisschen raus. Das sieht gut aus. Und das kommt jetzt alles in die Flasche. Versucht am besten so wenig wie möglich, ja, organisches Material, also feste Masse mit reinzufüllen. Sondern nur die Flüssigkeit. Das ist ideal. So, jetzt kommt der Schraubdeckel drauf. Dann wird das Ganze jetzt noch beschriftet. Kommt gleich in die Kühlbox und dann geht es los mit dem Verschicken. Also bis gleich. Ja, und hier habe ich einmal das Auftragsformular der Lufer NRW für die Wirtschaftsdüngerabgabe. Der Auftraggeber seid natürlich ihr, genauso wie der Kostenträger. Wenn ihr möchtet, könntet ihr natürlich auch noch jemanden hier als Durchschriftsträger bzw. für eine Durchschrift eintragen. Dann kommt natürlich hier noch gleich das Probenehmerdatum rein. Das muss ich auch noch reinschreiben. Probenehmerort ist natürlich jetzt entweder euer Garten oder vielleicht, ja, irgendeinen Tank, den ihr so bezeichnet habt. Ich habe jetzt einfach meinen Wohnort Lotte eingetragen. Ja, die Art der Probe ist natürlich jetzt keine Rindergülle, auch keine Schweinejauche oder Hähnchenmist. Sondern es ist Brenzeljauche. Deswegen habe ich das Kreuzchen auf Sonstiges gesetzt und Brenzeljauche dazu geschrieben. Hier steht auch nochmal 750ml werden benötigt. Und dann habe ich einmal hier unten bei den Standardanalysen die Standarduntersuchung Nährstoffgehalte für Jauche auch angekreuzt. Da wird unter anderem der Gesamtstickstoffanteil untersucht, Phosphokalium, Magnesium, Schwefel, die Trockensubstanz etc. Ja, und auf der Rückseite kommt einfach nur noch Datum, Unterschrift, das mache ich auch gleich. Und dann geht es damit los zur Kreisstelle, weil ich kann es da abgeben und nach Münster wäre es ein bisschen weiter weg. Ja, die Brenzeljauche habe ich jetzt an der Kreisstelle in Saarbeck abgegeben, weil der Abholstandort hier der allernächste für mich war. Ich hätte natürlich jetzt auch direkt nach Münster fahren können zur Lufer und da das Ganze abgeben können. Das wäre aber natürlich eine doppelte Fahrzeit gewesen oder auch eine Fahrstrecke. Ich hätte das Ganze jetzt auch per Post einschicken können, war nur ein bisschen blöd von mir. Ich habe jetzt gerade Freitag als Probenahmetag gewählt und übers Wochenende wollte ich das ja nicht bei der Post lassen. Und da hätte ich dann halt ordentlich Kühlakkus mit einpacken müssen. Deswegen habe ich es jetzt eben persönlich abgegeben. Die Lufer hat mehrere Abholstandorte. Ich verlinke euch die auch nochmal unter der Videobeschreibung. Ja, und ich wollte noch auf ein Thema eingehen. Wie lange denn sowas braucht, bis man die Brenzeljauche einsetzen kann. Das kommt immer drauf an. In der Regel ist es so nach zwei bis drei Wochen fertig, die ganze Suppe. Also man erkennt das ganz gut, wie vorhin im Video noch gezeigt, wenn die Bläschen nicht mehr aufsteigen. Also wenn es nicht mehr wirklich gärt, dann ist die Brenzeljauche soweit fertig. Und dann kann man sie natürlich auch einsetzen. Also ich bin gespannt. Nächste Woche kommt das Ergebnis wahrscheinlich dann per E-Mail und später per Post. Dann werde ich natürlich noch verschiedene einzelne andere Dünger mit der Brenzeljauche vergleichen. Mal gucken, ob die Brenzeljauche mit den anderen Wirtschaftsdünger oder auch mineralischen Dünger mithalten kann. Das werden wir alles dann im nächsten Video nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, wenn euch das Video zur Probeentnahme gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis demnächst Leute. Ciao! Bis zum nächsten Mal.